So, Dalle. Gerade noch was gegessen eben. Wenn schon Pause, denn schon Pause. Man muss es ja auch ausnutzen. Ich habe mir nochmal das Ende der letzten Aufnahme angeguckt und da wurde nur gesagt, wir sollen Aufseher Aaron befragen, wo sich denn Killer Crocs Versteck befindet. So. Aber, was ja viel interessanter ist, wir haben doch den bereits von mir eben benutzten Linecatcher gekriegt. Und deswegen müssen wir wohl doch hier hin und das Teil mal benutzen. Ich meine, ich weiß nicht, warum ich da nicht eben drauf gekommen bin. Wir können es doch jetzt horizontal über Abgründe schwingen. Also, ja. Normalerweise schaue ich auch immer in das Ende der vorigen Aufnahme, aber diesmal, ich habe mich, wie gesagt, einfach reingestürzt wieder. Das kann auch passieren. Äh. So. Der einzige Eingang war ja da oben. Und dann probieren wir mal, ob der Line... Hieß das so, ne? Linecatcher oder so? Hieß der so? Lineluncher. Lineluncher hieß der. Ob der uns da irgendwie weiterhilft. So, Abkürzung. Zack. Hui. Nummer 1. Nummer 2. Da sind wir zum dritten Mal, glaube ich, jetzt hier drin. Tür öffnen. Und, ähm... So. Bringt der uns denn was? Ähm... So sieht's aus, wenn man nicht benutzen kann. Und so, wenn man ihn benutzen kann. Das ist ja schon ganz gut. Dann probieren wir's mal. Naja, wir sind zumindest weiter als eben. Und jetzt... können wir... Ah, guck mal. Ah... Haha. Mann, da kam noch mit lautem Getöse doch unser... unser... Wie heißt das? Fluggerät von Batman. Das eigentlich... Komme ich gar nicht drauf. Auf jeden Fall kam das mit lautem Getöse an. Und hat uns dieses Teil extra gebracht. Und ich vergesse das. Wer ist die Hauptperson in dieser Haupthalle? Ach, hier haben wir auch noch Rätsel, ne? Und da hinten auch. Und... Die Karte macht sich selbstständig. Jetzt müssen wir irgendwie da rüber kommen. Können wir uns hier wieder normal... Jo. Hier, hier können wir's... Ähm... Und jetzt da rüber vielleicht? Huch. Ich dachte schon. Ah, das sieht doch gut aus. Hier lang. Dann da drüben hin. Einfach durch die Pflanzen durch. Das ist überhaupt gar kein Problem für den Batman. Und jetzt? Jetzt können wir da runter. Da sind wir safe. Ähm... Ich probier's nochmal mit dem Zoom. Ne. Auch nicht. Wo soll denn das sein? Das soll schon da sein. Da kommen wir aber gerade nicht hin. Naja. Oh. Oh. Aaron Cash. Da müssen wir doch hin. Erstmal ihn. Hi. So was. Wir sind leichte Beute. Wir werden alle sterben. Deswegen sitzt du da auch so ruhig. Oder wie? Oder was? Oder... Naja. Hi Aaron. Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen. Aber... Es gibt immer ein Aber. Oder? Wo halten Sie Killer, Krok? Ich hab ne Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Rede in der Arkham Villa mit Aaron Cash. Abgeschlossen. Dringe über die Intensivbehandlung in Killer Crocs Versteck ein. Position auf Karte markiert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber wie kommen wir denn jetzt zurück? Ach, den gleichen Weg wahrscheinlich, ne? Hm. Sieht so aus. Ich weiß aber immer noch nicht, wer die Hauptperson in dieser Halle ist. Ähm. Na. Ging doch gerade. Soll auch direkt da sein. Ist das nicht die Hauptperson? Huch. Ne, ne? Kein Objekt geortet. Der Schädel da. Nein. Komisch. Kommen wir da runter? Nein. Sah gerade noch so frei aus. Huch. Jetzt sind wir hier oben wieder. Ähm. Hauptperson in dieser Halle. Ja. Das ist eine gute Frage. Die habe ich mich auch schon des Öfteren gefragt. Also ich würde sagen, das ist die Hauptperson in dieser Halle, aber... Kein Objekt geortet. Huch. Na ja, gut. Gehen wir einmal zurück. Können wir später mal noch gucken. Und nun können wir wieder... Hier raus. Kommen wir denn von hier wieder... Da oben hin? Gerade ein bisschen geruckelt beim Nachladen. Äh, jo. So. Und jetzt müssten wir ja eigentlich wieder da drüben hinkommen. Perfekt. So. Jetzt sind wir wieder draußen. Jot sei Dank. Ähm. Da müssen wir jetzt zur Intensivbehandlung. Ah. Alles klar. Ist das eine neue Pflanze hier? Haben wir die übersehen? Ist die neu? Nehme ich mal mit, wegen der Erfahrung. Okay. Okay. Die da oben spare ich mir. Gerade keine Lust. Kann man immer sagen, ne? Huch. Was ist denn hier los? Überraschung. Ach du Scheiße. Ich werde dich zusammenschlagen. Du wirst bluten, Batman. Das ist ein Schock. Du wirst ja nichts anderes tun. Ich werde dich vers paixen. Das ist ein Schock. Ich werde dich verspielen. Manchmal kann ich nicht mehr holen. Oh oh. Wer sagt das? Zehner-Kombo. Oh, jetzt habe ich doch die 8 da. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, jetzt müssen... Genau. Hoffentlich erwischt er uns hier nicht. So... Wie sieht es denn hier aus? Das bringt uns hier glaube ich gerade gar nicht weiter, oder? Oder doch? Ich glaube nicht. Geht der auch irgendwann so kaputt? Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. Ach Batman, da kommt man doch hoch. Naja, zumindest komme ich jetzt vielleicht unbeschadet an dem Typen vorbei. Ähm... Ah, warte. Nein, doch nicht hier. Da oben wollte ich hin. Aua! Oh, gerade voll verjagt. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht so gut. Aua! Das ist gar nicht gut. Bringt uns das überhaupt was hier? Oh oh. Wo... Kriege ich den von hier? Ne. Ich dachte, vielleicht kann man von da oben... ...irgendwie da rüber... Mit dem Teil... Geht das? Ne. Von hier aus? Ah. Oh 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 oh. Was ist denn das? Ah! Oh 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 oh. Ohh... Wow... Wow 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 wow. Naja, aber geschafft. Ok. Ist hier ein Rätsel? Nein. Jetzt sind wir da drin. Wartungszugang? Waren wir hier schon mal? Ein Lüftungsschacht. Und wir müssen in die Intensivbehandlung, also einmal quer durch. Hier haben wir keine Rätselkarte. Oh, okay. Ähm. Na, geht er hoch. Geht er rein. Da hoch. Und den haben wir. Kanalfledermaus, extrem. Öffnen. Bringt uns was genau? Nix. Oder ist einfach nur ein alternativer Weg, um da hinzukommen? Äh. Wir müssen doch da bestimmt rein, ne? Können auch da hoch. Ah. Ah. Okay, also hier durch. Okay. Eieieiei. Da drumst jetzt aber ordentlich hier. Okay. Huch. Nachlader. Ist runtergehüpft. Naja. Na, mach schon. Okay. Ist das hier vielleicht irgendwas? Das sieht so seltsam aus. Huch. Ne. Kein Objekt. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl. Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut. Testen wir sie mal. Nein. Nein. Ich bin doch hier. Aaaaaaah. Tja. Tja. Okay, hier waren wir doch schon mal, ne? Wie viel haben wir denn? Eieiei. Okay, ich werde erstmal versuchen, ihn auszuschalten hier. Ja. Achim Asylum remains under lockdown. In staff at the mercy of the rampaging inmates. Wenn ich flache, dann gehen Sie nach. 建 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018